Der Pförtners Sohn Der General wohnte im ersten Stock. Der Pförtner wohnte im Keller. Es war ein großer Abstand zwischen den beiden Familien, das ganze Erdgeschoss und die Rangordnung. Aber sie wohnten unter demselben Dach mit der gleichen Aussicht auf die Straße und den Hof. Auf dem befand sich ein Rasenplatz mit einem blühenden Akazienbaum, wenn er blühte. Und darunter saß zuweilen die geputzte Amme mit dem noch mehr geputzten Generalskind, der kleinen Emilie. Vor ihnen tanzte auf seinen bloßen Füßen der kleine Sohn des Pförtners mit den großen braunen Augen und dem dunklen Haar. Das Kind lächelte ihn an und streckte seine kleinen Hände nach ihm aus. Und wenn der General das vom Fenster aussah, nickte er herunter und sagte, charmant. Die Generalin, die so jung war, dass sie fast die Tochter ihres Mannes aus einer früheren Ehe hätte sein können, sah niemals aus dem Fenster auf den Hof. Aber sie hatte den Befehl gegeben, dass der kleine Junge der Kellerleute zwar dem Kind etwas vorspielen, aber es nicht anrühren dürfe. Die Amme befolgte genau den Befehl der gnädigen Frau. Und die Sonne schien in den ersten Stock und in den Keller. Der Akazienbaum setzte Blüten an. Sie fielen ab und es kamen im nächsten Jahr wieder neue. Der Baum blühte und der kleine Knabe des Pförtners blühte. Er sah aus wie eine frische Tulpe. Die kleine Tochter des Generals wurde fein und blass wie das hellrote Blatt der Akazienblüte. Sie kam nun selten zum Baum. Sie schöpfte frische Luft in der Kutsche. Sie fuhr mit Mama aus und immer nickte sie dann Pförtners Georg zu. Ja, sie warf ihm auch Kusshändchen zu. Bis die Mutter ihr sagte, dass sie nun schon zu groß dazu sei. Eines Vormittags sollte er dem General die Briefe und Zeitungen bringen, die am Morgen in der Pförtnersstube abgegeben worden waren. Als er die Treppe hinaufstieg, an der Tür zur Sandkammer vorbeiging, hörte er etwas darin piepsen. Er glaubte, es sei ein Küken, das dort jammerte, sich verlaufen hatte und wehklagte. Aber es war die kleine Tochter des Generals in Flor und Spitzen. Sag es aber nicht, Papa und Mama, sonst werden sie böse. Was gibt es denn, kleines Fräulein? fragte Georg. Es brennt alles, sagte sie. Es brennt lichterloh. Georg öffnete die Tür zu der kleinen Kinderstube. Der Fenstervorhang war fast ganz verbrannt. Die Gardinenstange stadt in Glut und Flammen. Georg sprang hinauf, riss sie ab und rief Leute herbei. Ohne ihn wäre das Haus niedergebrannt. Der General und die Generalin fragten die kleine Emilia aus. Ich habe nur ein einziges Schwefelhölzchen genommen, sagte sie. Da brannte es gleich und der Vorhang brannte auch gleich. Ich spuckte darauf, um zu löschen. Ich spuckte, was ich konnte, aber ich hatte nicht genug Spucke. Und da lief ich fort und versteckte mich. Denn Papa und Mama würden gewiss böse werden. Spuckte, sagte der General. Was ist das für ein Wort? Wann hast du gehört, dass Papa und Mama spuckte, sagen? Das hast du wohl von dort unten. Aber der kleine Georg bekam ein Vierschillingstück. Das wanderte nicht zum Bäcker, sondern in die Sparbüchse. Und bald waren dort so viele Schillinge, dass er sich einen Farbkasten kaufen und seine Zeichnungen farbig machen konnte, von denen er so viele hatte. Sie flossen ihm fast aus dem Bleistift und den Fingern. Die ersten farbigen Bilder schenkte er der kleinen Emilie. Charmant, sagte der General. Selbst die Generalin räumte ein, dass man deutlich sehe, was der Knabe sich gedacht habe. Genie hat er. Das waren die Worte, welche die Pförtnersfrau in den Keller trug. Der General und seine Frau waren vornehme Leute. Sie hatten zwei Wappen an ihrem Wagen. Für jeden eins. Die gnädige Frau hatte es auf jedem Stück Wäsche, draußen und drinnen. Auf der Nachthaube und am Mantelsack. Das ihrige war ein kostbares Wappen. Von ihrem Vater für Blanke Thaler gekauft, denn er war nicht damit geboren, sie auch nicht. Sie war zu früh auf die Welt gekommen. Sieben Jahre vor dem Wappen. Dessen konnten sich die meisten Leute noch erinnern, die Familie aber nicht. Das Wappen des Generals war alt und groß. Es konnte schon knacken, wenn man es trug und erst recht, wenn man zwei Wappenschilder trug. Und es knackte auch in der Generalin, wenn sie stolz und stattlich zum Hofball fuhr. Der General war alt und grau, aber er saß gut zu Pferde. Das wusste er. Und darum ritt er jeden Tag aus, den Reiterknecht in geziemten Abstand hinter sich. Kam er in eine Gesellschaft, so war es, als käme er hoch zu Ross hereingeritten und Orden trug er so viele, dass es unbegreiflich war. Aber es war nicht seine Schuld. Schon ganz jung war er zum Militär gekommen, war bei den großen Herbstmanövern dabei gewesen, die damals in Friedenszeiten mit den Truppen abgehalten wurden. Aus jener Zeit erzählt er eine Anekdote, die einzige, die er zu erzählen wusste. Sein Unteroffizier hatte einen der Prinzen umzingelt und gefangen genommen und dieser musste nun mit einem kleinen Trupp gefangener Soldaten, selbst ein Gefangener, hinter dem General in die Stadt einreiten. Das war eine unvergessliche Begebenheit, die immer all die Jahre hindurch vom General erzählt wurde, genau mit denselben denkwürdigen Worten, die er gesagt hatte, als er dem Prinzen den Degen wieder überreichte. Nur mein Unteroffizier konnte eure Hoheit gefangen nehmen, ich niemals. Und der Prinz hatte geantwortet, sie sind unvergleichlich. Im wirklichen Krieg war der General niemals gewesen. Als er das Land überzog, ging der General den diplomatischen Weg durch drei ausländische Höfe. Er sprach die französische Sprache so gut, dass er seine eigene darüber fast vergaß. Er tanzte gut, er ritt gut, es wuchsen Orden auf seinem Rock bis ins Unbegreifliche. Die Schildwachen präsentierten vor ihm, eines der schönsten Mädchen präsentierte vor ihm und wurde Generalin. Und sie bekamen ein kleines niedliches Kind. Es kam wie vom Himmel gefallen, so niedlich war es. Und der Pförtners Sohn tanzte im Hof vor ihm, sobald es etwas begreifen konnte, und schenkte ihm alle seine gezeichneten farbigen Bilder. Und die kleine Emilie sah sie an, freute sich und riss sie in zwei. Sie war so fein und niedlich. Mein Rosenblatt, sagte die Generalin, für einen Prinzen bist du geboren. Der Prinz stand schon draußen vor der Tür, aber man wusste es nicht. Die Menschen sehen nicht weit über ihre Schwelle. Neulich teilte unser Junge sein Butterbrot mit ihr, sagte die Pförtners Frau. Es war weder Käse noch Fleisch darauf, aber es schmeckte ihr, als wenn es Rinderbraten gewesen wäre. Das würde einen Spektakel gegeben haben, wenn Generals die Mahlzeit gesehen hätten, aber sie haben sie nicht gesehen. Georg hatte sein Butterbrot mit der kleinen Emilie geteilt. Gern hätte er auch sein Herz mit ihr geteilt, wenn es ihr Freude gemacht hätte. Er war ein guter Junge, aufgeweckt und klug. Er ging nun in die Abendschule der Akademie, um dort richtig zeichnen zu lernen. Die kleine Emilie nahm auch an Kenntnissen zu. Sie sprach mit ihrer Burne Französisch und hatte einen Tanzmeister. Georg soll Ostern eingesegnet werden, sagte die Pförtners Frau. So weit war Georg. Untertitelung des ZDF für Fertifonwilmink und legier grew Mitbundet. hat, dann kann man sich damit verrunden. So weit war ich mit 5 Jahren.